Hi, das ist Lisa, ich bin Markus und wir wollen heute zusammen den Vorlesungsexpress durchführen. Jetzt schütteln wir unseren Körper aus. Wir beginnen, indem wir den Kopf nach vorne neigen. Und jetzt nach links und rechts. Wir können das Ganze auch verbinden und rollen mit dem Kopf. Wir rollen nur nach vorne. Wir strecken die Arme über den Kopf und ziehen uns nach links und rechts. Dabei achten wir darauf, nicht nach vorne abzuknicken. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder. Hau an, aber auch. Euer Christian. Kommt. Tja, ich sag uns. Wann auf? Passt. Tja, ich sag uns. Tja, ich sag uns. Tja, wir dich auch. Alles klar! Tja, wir würden uns nach unten hinzu. Wir haben uns. Tja, wir würden uns überprüfen, Tja, wir würden uns. Vielen Dank.